Die siehst du echt gar nicht. Norton, das kann ja wieder alles heißen. Okay. Geld kommt garantiert nochmal. Das reicht aber knapp nicht, um eine Notfallballiste zu bauen. Deshalb lasse ich es erstmal. Das haben wir irgendwie in den Griff gekriegt, tatsächlich. Frag mich nicht wie, aber vielleicht muss ich hier noch eine Balliste hinbauen. Das sollte ich vielleicht so oder so bauen. Und die brauchen halt auch ein bisschen, bis sie da sind. Wer willst du, dass du zu verhindern? Die kommt ja rechts. Ziemlich eindeutig. Bau schneller, du scheiß Kahn. Komm schon. Ich hoffe mal echt drauf, dass wir nicht gleich ein riesiges Problem kriegen. Das kann ich ja eigentlich gerade ganz gut gebrauchen. Gold stinkt nicht. Tatsächlich ist die Farm gerade wichtiger. Ja, ohne die kann ich dann eh keine Schauschütze ausbilden. Ich kann es einfach vorankommen. Du schießt auf den nächsten, du schießt auf die höchsten. Das würde eigentlich klappen. Wie, das war's schon. Das ist echt billig. Okay, wir locken da anscheinend eine Menge an. Das muss jetzt fertig werden. Entschuldigung, Herr. Ich habe meine Wehren gespürt. Was? Sie versuchen, mich durchzuhalten. Ja. Das kann relativ schnell eskalieren, das weiß ich. Die Wolle sind untertackt. Die Wolle sind untertackt. Die Wolle sind untertackt. Ich habe echt Angst, dass wir den Mutant anlocken. Oh, jetzt wird es interessanter. You again? This better be good. The Wolle sind untertackt. You again? Great. Oh, ich habe die Wolle. Oh, ich habe die Wolle. Oh, ich habe die Wolle. Unsere Befehlungen sind geöffnet worden. Achtung! Gebäude ist fertig. Es besser beginnt. Okay. Sie versuchen, durchzuhören. Sie attacken die Kolonien-Defenzen. Die Wälder sind attackiert. Ich habe mir echt ein bisschen Angst zu machen, wie das alles hier sich entwickelt. Nämlich nicht so, wie ich das gern hätte. Spiel? Oh, ja natürlich! Natürlich ist der jetzt auch da. Es war ja sowas von klar, dass das passieren musste. Oh, ja. Äh. schon tot schön danke für den hinweis okay da brauche ich was anderes die machen ich jetzt fertig garantiert das finde ich wieder so zum kotzen ja die fressen sich jetzt hier durch naja das kann ich aber nicht verhindern wieso ist in der jetzt gestorben bitteschön das einfach wieso jetzt mal 1 2 warum ist der gestorben der hat noch 26 leben bei 40 prozent rüstung und maximal fünf leute um ihn das hätte auch nicht passieren dürfen kann ich hab Angst dass ich auch so mal die kampagne lösche aber ich habe eh nicht damit gerechnet dass wir das schaffen weil das ist so zum kotzen die ganze zeit lief es lief und mit einmal kommt der mutant natürlich ich glaube ich gehe jetzt einfach mal auf soldaten scheiß auf scharfschützen okay ist das hier zu das ist zu das ist schön die gefällt mir gerade tatsächlich ein bisschen besser was das missfällt mir gerade aber die hast direkt nebenan die beschissen ist das denn kann ich mir gleich ein schild im hals hängen beiß mich in den arsch das ist schön die frage ist wohin will ich gehen nach unten sollte ich eigentlich nicht gehen ich sollte eigentlich nach oben gehen aber da ist mister ich bring dich um das mir überhaupt nicht dass mir auch nicht gefällt je nach rechts gefällt mir aber auch nicht wenn die wenn der nur ein stück weit wenn er nur oben wäre da wäre es okay du gehst dahin du gehst dahin nach rechts ist zu so wie es aussieht dass wenn ich ihn da oben irgendwie kille so läuft eine warnung hey du bist angegriffen und dann nehme etwas und ich dein eine ist tot und sie rennen alle rüber das ist super da ist auch gut zu das ist auch nicht schlecht gehen lassen sich auf jeden fall stehen den schockturm der wird sehr sehr nützlich wenn ich ehrlich bin den haben hätte ich wirklich gern ok andere sachen die wir brauchen brauche ich heute eigentlich gerade so dringend wenn ich ehrlich bin auch tatsächlich eher geld und da ist auch ein schockturm ich meine die darf ich nicht auslösen reparieren weil dann gilt mich garantiert der mutend da würde ich gern mal runterschauen ok da möchte ich dich weiter da bin ich mir sicher ja ich habe mal die 15 da die sieht ganz gut aus sehr schön Ich glaube, ich baue lieber meine Nahrungsproduktion in die Richtung und hier unten baue ich noch baue ich Häuser, bis ich dann hier oben Häuser bauen kann, effizient und gut und sicher vor allem. Das war's mit dem Essen. Da kriege ich fünf Soldaten raus. Soldat sofort wäre es auch nützlich, aber bei Faustina muss ich immer an Bud denken aus einer schrecklich nette Familie. Also der Schauspieler, David Faustina hieß er, glaube ich. Hat sich schon erledigt mit den Soldaten. Ich muss bloß aufpassen. Na, ich lasse mal noch drin. Ich werde die noch brauchen, garantiert. Beobachtung! 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 Sind die anderen Units, die zu bedienen? Kann ich hier oben eigentlich was bauen? Ah, da sollte ich vielleicht was machen, das ich da oben bauen kann für den Notfall. Nicht, dass ich dann will und ich schon blöd dastehe. Geh mal hier hinter, du ziehst mir zu viel an. Und nicht genug Frauen aus dafür, dass du so viel anziehst. die wahl des fleisches auf dich fällt und wie wir hier sehen die werden überhaupt nicht von diesen einheiten getriggert das hat nämlich auch mal ziemlich am anfang solltest du bitte ziemlich einfach mal einer gesagt dass das die die infizierten mit anzieht aber es ist tatsächlich nicht so es wirkt vielleicht so aber es ist nicht so es kann so wirken sagt man so ok das war schon wieder mit dem essen also das ist wirklich fürs ende super diese ganzen stellen ja auch ich brauche mehr essen ich brauche mehr energie kümmern uns erst mal um die energie jetzt ist ein bisschen langweilig grad du kannst das mal ausgehen kurzzeitig das wieder angehen hast du tatsächlich ein bisschen was gespart vier münzen da wird man einen schönen tag da kaufe ich meine päckchen eis wie komme ich denn jetzt auch nie ach so natürlich habe da was zugebaut na geil da brauche ich noch nicht da bin ich schon weil ich solche schreinerei da oben war und allerdings macht ihr auch sehr viel krach ich brauche sie hier hin ich will erst mal wir haben noch ein bisschen essen rausziehen wenn es geht das ding darf ich nie in betrieb nehmen eigentlich wenn ich wahrscheinlich instant geschlachtet alles noch schwache wo ist mein essen da war es das schon wieder das ist echt wahnsinn was die verfressen frühstück mittag abend essen drei mahlzeiten moment sag jetzt nicht dass es ein abgeschlossener bereich hier oben das wäre ja göttlich wäre auch ein bisschen komisch weil das hier ist aber es wäre göttlich wenn das ein abgeschlossener bereich ist macht mal weiter hier wenn ich hierhin gehe werde ich wahrscheinlich die soldaten auch brauchen direkt ist kein abgeschlossener bereich das wird mich aber hätte ich echt gewundert das hier bitte ich habe die card geholt das heißt dass er wird fertig dann kann ich direkt forschen das hält ja aus doch ein bisschen merkwürdig muss ich sagen ich sag mal ja also da habe ich zum schluss einen sehr hohen verteidigungswert garantiert so jetzt die haben bitte und dann noch mal so was sehr schön tatsächlich bedeutet das weniger lärm weniger also wenn er nur zweimal schießen muss macht er tatsächlich weniger lärm dadurch tag 5 hätte ich jetzt eigentlich schon 200 leute gebraucht machen wir es doch mal da könnte ich aussehen das ding reparieren jetzt lassen wir mal noch ich hatte hier keines rein sogar naja das muss ich fünf soldaten kann ich rausdrücken habe ich hier irgendwo eisen schon gesehen sieht nicht so aus da könnte eisen sein da unten ich müsste aber eigentlich in die richtung da sei sind gut da muss ich lang das hilft jetzt sehr gut brauche ich bloß noch ein bisschen energie aber da habe ich auch platz hierfür ich werde jetzt erst mal das essen ihr bleibt mal so stehen wie es ist ihr seid ich will nach links auf fertig fahren als nächstes das da muss ich eigentlich dann auch aufpassen ich habe noch 40 tage zeit ist da hätte ich gerne titan und die und die westen da würde ich dann hier gern alles zu stellen und dann das noch dazu das könnte ganz interessant werden muss erstmal reichen muss erstmal reichen Du wieder? Any orders? Attention, building completed. Commander? Any orders? Any orders? Are you sure? Any orders? Any orders? Yes. Just tell me what to do. Any orders? Any orders? Any orders, sir. Perfect. Perfect. Any orders? Any orders? Any orders? No. Any orders, sir. You're in the함! Any orders, sir. All right. könnt und war eigentlich schon ziemlich klar ein stück zurück ich habe mehr als erwartet hier die herumstehen was alle traurig waren zu erschlagen das ist ja nicht okay mit den soldaten muss ich dann packen ich fühle mich ja manchmal echt richtig verarscht das ist die erste welle und ich kämpfe gegen hab ihren ja gut nehmen sie alle mit das hier ist echt gefährlich komm einfach mal hab hier am tag ach komm hab hier in trouble ich brauche jetzt in den markt langsam und übrigens es wäre eine dumme idee gewesen dass die zu reparieren weil dann wäre der gekommen und alles was sie an stärkeren kommt auch ja runter da gut gemacht fast schon peinlich ist das gerade gelaufen ist wenn ich ehrlich bin ja jetzt geht es nur noch welle auf welle anstehen und Gebäude zu Ende. Wartet auf die Orks. Okay, ich bau weiter aus. Mehr Holz. Ich muss hier hinten mal was hinbauen. Eine Balliste oder so, aber das muss noch warten. Oh, das, dass du oben bitte zu sein. Das wäre echt scheiße. Natürlich nicht. Okay, was machen wir jetzt? Ein Energie-Upgrade wäre nicht schlecht. Oh ja, das kann ich dann später richtig wegbrutzeln alles. Komme ich auf jeden Fall... ... und alles gut ran. Okay. 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 Any orders?